Hallo, der Blindspick. Telefon, ich habe mich gewohnt. Wir spielen weiter. Call of Duty. Hm, das Schiff war nicht weit weg von hier. Die Frau Shannon hat abgehauen. Seine Crew ist unverantwortlich. Fünf von uns haben überlebt, aber wir sind auf dieser Insel. Auch die Crew des Schiffes, die Harrys Expedition an dieser Insel gebracht haben, sind Angst vor. Wir haben sechs Mitglieder der Everhard-Expedition ohne Zwischenfälle auf der Insel abgesetzt. Wir werden sie in drei Wochen wieder abholen, falls es dann noch etwas zum Abholen gibt. Ich habe die Insel nach dem Mittagessen verlassen. Keine Zwischenfälle. Bis sechs Uhr. Das Gebiet in der Nähe scheint für den Walfang geeignet zu sein. Wir könnten einen guten Fang machen. Ihr seid doof. Hm, das ist der Kapitän's letzte Entry. Das ist ein überraschender Unterströmung, das Schiff mit Ries. Eine so raue See habe ich seit Jahren nicht erlebt. Der erste Mat sagt, er habe danach eine riesige Meereskreatur dicht an unserem Schiff gesehen. Definitiv kein Wal. Aber wir sind auf dieser Insel abgestellten. Frank ist sicherlich ein resursvoller Mann. Ich habe ihre Nachricht schon an das Funkgerät angeschlossen, wie sie verlangt haben, Mr. Everhard. Die Nachricht wird gesendet, solange das Schiff Treibstoff hat. Will Gott uns beistehen, Frank. Nehmen wir mal aus. Was warst du in dem Herzen der Inseln? Ich dachte, unsere Expedition wäre gescheitert und machte mir Sorgen um unseren Rückweg. Aber dann habe ich diese Treppe gefunden, die mich zu einer riesigen Steinorgel führte. Vielleicht ist sie ein anderer Weg, um zum Zentrum der Insel zu gelangen. Jedenfalls können wir es sonst nichts tun, bis jemand unseren Hilferuf hört. Auf der Insel Ponapé gibt es eine Stadt namens Nan Madol, die in großen Gebäude alle aus Besalt bestehen. Der Legende nach wurden die Stadt mithilfe von schwebender Steine errichtet, die mit schwarzer Magie bewegt wurden. Wir haben wieder was mit dem Zahlenschloss. Diese Knöpfe müssen die Vibrations in dieser Kammlung kontrollieren. Wir sehen uns nochmal an. Du musst da hin. Da bewegen sich die beiden. Wir müssen alle auf die mittlere Ebene quasi. Soweit verstanden. Knapp daneben ist auch vorbei. Und, und. Mein Gehirn arbeitet momentan noch nicht. Moment. Wir machen die hier weiter rauf. Der ist jetzt richtig. Jetzt ist die hier nur runter. Oh, bring. Okay, sie hat es für mich aufgeschrieben. 262349415 Alles auf dieser verdammten Insel hängt irgendwie mit diesem verfluchten schwarzen Schleim zusammen. Sogar das absurde Verhalten von Dr. D. Wood scheint damit zu tun zu haben, dass er diese schreckliche Flüssigkeit ausgesetzt war. Ah, jetzt weiß ich, woher mir der Name immer bekannt war. D. Wood ist, äh, doch aus Bioshock. Die schwarze Schleimtests verändert. Konsistenz schwebt, wenn man unterschiedliche Schwingungsfrequenzen aussetzt. Okay. Zack, Gasse. Okay. Ja, dann können wir hier raus. Wir dürften Strom eingeschaltet haben. Wir haben diesen komischen Herzcode. Nur Gott weiß, wie lange ich in diesem schwarzen Schleimt bin. Ich wundere, was es mit mir zu tun wird. Obwohl ich wundere, dass alles schlimmer als meine Krankheit sein könnte. Keine Sorge, was auch immer das macht, du haschest schon längst. So, ist Hein immer noch da? Lass mal gucken, ob Hein immer noch da ist. Hein? Na ja, da ist Hein. Hein ist immer noch da. Hein beobachtet uns immer noch. Dann ist ja gut. Dann sind wir ja sicher. Dann gehen wir jetzt da hoch zu, äh, der Orgelung. Gucken mal, ob wir uns da ordentlich durchorgeln lassen. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Das hätte es meinen unglaublich guten Joke versaut. War ich hier eigentlich am Strand? Ja, ja, da war ich. Da war das verbrannte Bild. Warum ist die Säule so flickerig? Was soll das? Alter. Warum muss hier alles so katholid sein? Hier ist eine Tür. Okay, da nichts. Nein, alles gut. Wir sehen uns, was passiert. Wir sehen uns, was passiert. Okay. Das sieht auch nicht natürlich da unten aus, muss man sagen. Ja. Okay, ich verstehe. Das sind quasi Lupen zum Öffnen der Orgel. Und je nachdem, was geöffnet ist, klingt sie dementsprechend anders. Genauso wie eine Orgel halt funktioniert. Und wir haben momentan das unterste Niveau. Lass uns die Orgel darauf einstellen, wie sie klingen soll beim untersten Niveau. Und das Ganze finden wir heraus mit, indem wir das kleine Piano nutzen. Was mit dem Herz und so verstehe ich noch nicht. Oh, ich bin fast. Die weiteren Dekan aber nicht. Herz. Herz, 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 Herz. Muss ich aber nicht wieder aufs Schiff und das Radio darauf einstellen, womit die Übertragung gemacht wird. Kann ja eigentlich nicht sein, weil ich glaube, das kann ich nur an und aus machen. Oh, das sind keine Kratzspuren bei dem Schiff, by the way. Das ist alles in Ordnung. Wir haben ein Rätsel an unserer Hand. Einen ist immer noch da hinten, ist ja sehr, sehr gut. Was war da oben nochmal? Da war einfach nur Sackgasse, ne? Warte, lass uns nochmal auschecken. Ja, da ist einfach so ein verschlossenes Ding, wo man nicht erkennen kann, was da draufsteht. Kein Hinweis irgendwie auf die Funktionsweise der Orgel, ne? Dann sieht ich halt gar nichts. Es sieht nicht wie ein Gebäude, doch. Rätsel-Time. Und ich fühl mich auf dieses Rätsel-Dicht vorbereitet, weil ich nicht weiß, was es damit auf sich hat. Ich bin ehrlich zu sein. Noch irgendwas. Das Ding hier. Können wir auch nicht einschalten. Vielleicht müssen wir das Ding hier aber einschalten. Hier hat halt auch die Zahlen obendran. Sollte, wie wählt es dann halt noch mehr? Ich gehe davon aus, dass das hier dann vier ist. Zack. Zack und zack. Nix. Das Ding gibt ja nicht mal Salz von sich. Dieses Klavier, was wir hier vor uns haben, gibt uns vermutlich auch nochmal Herzzahlen raus. Dafür sind die Zahlen da oben dran. Bei dem Klavier. Und dann haben wir vier Herzzahlen und mit denen könnten wir dann wahrscheinlich irgendwas machen. Warum wird sich die ganze Zeit dieses rote Dings angezeichnet? Das soll doch neue Informationen sein. Aber hier ist doch alles schon erledigt. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, die Dinger sind auch irgendwie so gezeitenmäßig unterwegs. Aber dann würde das da von mir aus noch Sinn machen, aber die da irgendwie nicht. Das war's. Ja, die Dinger ist. Das war's. Das war's. Deshalb ist die Dinger. Und es war's. Ich verstehe es. Das war's. Ich verstehe es nicht so beeindruckend. Versteht ihr das? Mein nächster Gedanke wäre gewesen, sowas wie Eckenzähl, je nachdem wie viele Ecken repräsentiert es eine Zahl hier oben, allerdings kann es auch nicht sein, weil das hier und das hier sind gleich viele Ecken. Herz, Herz Herz Letzten Endes dreht es sich darum, dass wir hier herausfinden, was wir bei der großen Orgel einstellen müssen, bei der richtigen. Und diese Symbole sind ja auch bei dieser großen Orgel, wenn ich mich nicht täusche. Aber inwiefern korrespondiert das zusammen mit dem Zeug? Das hier war für den schwarzen Schleim. Das schwarze Schleim hängt mit dem ganzen zusammen. Das schwarze Schleim sagt uns, was wir eintippen müssen. Aber welche Zahl ist hier was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unterschiedliche Zahlen da unten theoretisch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt ganz genau, da oben sind es auch 7 unterschiedliche Zahlen insgesamt, also Werte. 2, 6, 3, 4, 9, 1, 5 sind 7 Zahlen. Das heißt, man könnte sagen, jede Zahl davon da oben repräsentiert eine Taste auf dem Piano da. Aber welche repräsentiert was? Ist das hier dann die 2, das da die 1, das da die 3, ist soweit so logisch, das da die 4. Was ist da mit dem Bullshit? Was ist da mit, das hier wäre wohl die 9. Dann fehlt noch 6 und 5. Dann wäre das hier die 5 und das da die 6 oder was? Alter, man muss hier so viele Notizen machen. Lass erst mal den obersten Herzen ausprobieren. 2, 6, 2, also 2. Das hier ist 6. 2, 6, 2. 2, 6, 2. 2, 6, 2. 2, 6, 2. 2, 6, 2. 2, 6, 2. Tut sich gar nichts, wenn ich es umschalte. 2, 6, 2. Vielleicht kriege ich nicht Instant Feedback. 2, 6, 2. Das nächste ist 3, 4, 9, 3. 3, 4, 9, 3, 3, 4, 9. Falsch. Nicht die ganze, doch, die ganz rechts. Der Rest ist abgeschnitten. Die braucht man nicht. 4, 1, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5. Ich glaube, ich habe alles richtig eingetippt. Dann stimmt alles anderes nicht. 2, 6, 2. 3, 6. 3, 6, 2. 3, 7, 3. 3, 4, 9. 3, 4, 9. 3, 4, 9. 4, 1, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5 Ist das Ding überhaupt mit Energie versorgt oder so? Mit dem Teil? Vielleicht weil ich im Schiff irgendwas angestellt habe, funktioniert jetzt die Energie woanders? In den Vorzelten? Wo sie gesagt hat, sie muss Licht einschalten. Aber irgendwie hier brennt nix. Niemand hier hatte eine grüne Hand. Schwierig. Naja, ich würde sagen, das ist ein Problem mit dem wir uns in der nächsten Folge dann weiter beschäftigen müssen. Hain ist immer noch da hinten, oder? Ja, 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 da ist er. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder dabei. Inspektiert aber auf euch das Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann. Haut rein! Ihr wollt noch mehr Bullshit auf YouTube sehen? Dann abonniere doch meinen Kanal. Außerdem klickt dieses Video und das Video.